Es geht um einen breiten Kompromiss, den man nicht im Detail fallen muss, begeistert zu sein, aber es ist ein guter schweizerischer Kompromiss, den jedem voneinander zugegangen ist. Ich stelle das vor allem so sicher, dass der Steuerteil dieser Vorlage sichergestellt werden kann. Das ist ein wichtiger Meilenstein für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft. Da hat man immer investiert. Jetzt sind auch die Kanteus bereit zu arbeiten und sind schon dran, das auch in die Hausaufgaben zu machen. Darum ist es wirklich wichtig und dringend, dass man diesen Teil sicherstellen kann. Die Kanteusen